Der Sohn des Steines ist zurück. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr hier in diesem Video. Ich bin Mirko und das ist Prehistoric Zone und viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Naja, so ganz zurück ist der Sohn des Steines, Turok, dann doch nicht. Aber wir haben ein kleines Lebenszeichen bekommen. Und zwar gab es im Epic Games Store einen Datenweg. Und dieser hat zahlreiche Spiele geleakt. Und ein Spiel, das für uns hier sehr, sehr interessant ist. Und es auch noch sehr, sehr interessant ist, welcher Entwickler dahinter steckt, ist eben Turok. Und die ein oder anderen, gerade die, die auch schon älter sind als ich tatsächlich, werden sich noch an Turok erinnern. Turok startete damals als Comic. Das Studio Acclaim hatte damals die Lizenz an Turok erworben. Diese brachten dann genau fünf Turok-Spiele. Und zwar gab es da Turok 1, das wirklich ein super, super großer Meilenstein zu damaligen Zeit war. Dieses wurde sogar remastered vor einigen Jahren und ist in jedem Store erhältlich. Tatsächlich will auch Limited Run Games physikalische Datenträger von Turok 1 und 2 herausbringen. Jedenfalls wurde dann auch der zweite Teil remastered vor ein paar Jahren. Und ja, ansonsten ist es seit, ich glaube, 2008 sehr, sehr still um Turok geworden. Es gab dann auch nochmal Turok Rage Wars, das ja so ein Multiplayer-Spiel war. Dann kam Turok 3 raus, das laut vielen Kritikern sehr enttäuschend war. Ich habe es tatsächlich auch noch nie gespielt und es fällt einem auch gar nicht so krass auf, was da so alles abging mit Turok 3. Dementsprechend gibt es da auch gar nicht so viele Erinnerungen dran. Und dann gab es eben das letzte Spiel von Acclaim damals noch, Turok Evolution, was für mich persönlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Da ich damals meine allererste eigene Konsole bekommen habe und es war eine Gamecube mit eben Turok Evolution und ich habe das damals rauf und runter gespielt. Also es gab da keinen Bug, den ich nicht gefunden hatte. Jedenfalls meldete Acclaim dann Insolvenz an und die Rechte gingen, glaube ich, an Touchstone, die dann 2008 nochmal ein Turok-Spiel rausbrachten, das aber völlig losgelöst von dieser Indianer-Sohn-des-Steines-Story war. Es ging zwar wieder ins Weltall, aber auf eine andere Art und Weise, als es eben die ersten Turok-Teile gemacht haben und stand komplett für sich alleine. Für mich persönlich, es war kein schlechtes Spiel damals. Das habe ich auch wirklich rauf und runter gespielt. Es war halt komplett anders. Es war eher ein Reboot und man hat es halt nochmal versucht. Leider ging es danach auch nicht mehr weiter. Ich meine, es war ein Dinosaurierplanet und das war's gewesen. Und ich hätte mir hier auch nicht mehr vorstellen können, wie die Story hier dann weitergehen soll. Da man hier eben eher mehr eingeschränkt war und halt gesagt hat, okay, wir haben jetzt hier ein Raumschiff, das fliegt auf den Planeten, da gibt es Dinosaurier und fertig. Bei den ersten Turok-Teilen war es halt, man ist durch diesen Stein gereist, man hatte die Portale, man war ja im Universum, man hatte da diesen Krieg mit den Mensch-Deptilien-Hybriden. Und ja, dementsprechend ist das Ganze dann irgendwie, warum auch immer, total auf Eis gelegt worden. Und wir haben schon ewig nichts mehr gehört, außer eben die Remaster-Spiele. Bis jetzt zu eben dem Daten-League. Und hier wurde ein neues Turok gelistet. Ob es sich um ein Remaster oder ein Reboot handelt, das wissen wir bis jetzt noch nicht, da die Remaster-Spiele von einem anderen Studio kamen. Und ja, das Allerinteressanteste daran ist, dass Saber, die, die auch Jurassic Park Survival entwickeln, an diesem Turok-Spiel arbeiten. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das wirklich sehr interessant werden wird, da wir bei Jurassic Park Survival von den Bildern, die wir bekommen haben, ja eigentlich auch schon sehr, sehr überzeugt werden konnten. Zumindest was eben die Grafik angeht. Und wenn diese jetzt schon in Sachen Dinosaurier, ja, mit Jurassic Park Survival Erfahrung sammeln konnten, dann können wir auf jeden Fall gespannt sein, was sie eventuell aus Turok machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Remaster wird, da die Remaster-Spiele, glaube ich, von einem anderen Publisher kommen. Und es keinen Sinn machen würde, dass Saber jetzt sagt, okay, wir remastern jetzt Teil 3 und Evolution. So glaube ich, dass sie eventuell an einem neuen Reboot arbeiten. Und ich hoffe wirklich, dass das Reboot an den ersten Teilen orientiert ist. Auch ein bisschen mehr Story zeigt, ein bisschen mehr von dem Indianer stammt und auch eine Hintergrundgeschichte zu Turok uns gibt. Und ich weiß noch ganz genau, damals bei Turok Evolution am Ende, als man gegen Bruckner hieß es damals, als man diesen besiegt hatte. Und ja, dann kam der Satz, ich bin Turok, der Sohn des Steines. Dann kam die Cut-Sequenz mit dem Herr und Meister Tyranno, der dann oben steht und schreit. Und das Spiel war vorbei. Und man hatte nichts weiter mehr bekommen. Also man hatte eigentlich, ja, Tyranno nicht wirklich besiegt gehabt. Und ich war einfach so enttäuscht, dass nie wieder irgendwas von Turok Evolution kam. Weswegen ich hier dann einfach hoffe, dass wir hier eine ordentliche Story bekommen. Wer aber auch nicht auf die Shooter-Qualität der alten Teile verzichtet. Gerade das ganze Waffenarsenal, das wir hatten. Die Brutalität, die in diesen Spielen rübergebracht wurde. Es war alles wirklich richtig, richtig cool. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, ob es im ersten oder im zweiten Teil war, mit diesen krassen Sterbeanimationen. Die waren ja hierzulande indiziert, beziehungsweise die kamen hier so gar nicht raus. In Turok Evolution, ja, war es dann nicht mehr ganz so krass. Das ganze Turok Evolution war dann auch hier extrem geschnitten gewesen hierzulande. Was mir als, ja, jugendlicher Kind überhaupt nicht aufgefallen ist. Ein Wermutstropfen hat das Ganze doch. Bei Saber befindet sich seit fünf Jahren das Spiel Night of the Old Republic in Entwicklung. Und ja, es kommt nicht wirklich in die Pötte. Ich hoffe wirklich, dass wir das bei Turok nicht erwarten können. Weil wenn wir mal ehrlich sind, haben wir viel zu wenige Spiele von damals. Auch Dino Crisis zum Beispiel oder generell auch ein Dresspack Dressplacer, die so viel Potenzial für ein Reboot hätten. Oder auch von mir aus für ein Remake, Remaster, wie auch immer. Hier finde ich es halt echt schade, dass hier diese ganzen alten klassischen Marken einfach vom Tisch gekehrt werden. Deshalb stecke ich in diesen Leak wirklich sehr, sehr viel Hoffnung rein. Jetzt seid ihr wieder gefragt. Was erwartet ihr von Turok? Hofft ihr, dass Turok zurückkommt oder sagt ihr, nee, pff, das kann nichts werden? Worauf würdet ihr euch am meisten freuen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin jedenfalls hiermit raus. Also, macht's gut. Ciao.